Ein schöner Körper ist der Traum vieler Frauen, aber im Moment sind sie unzufrieden, weil sie übergewichtig sind. Es ist sehr schwierig, in den Spiegel zu schauen und sich nicht glücklich zu fühlen. Es ist frustrierend zu merken, dass ihr Mann sie nicht mehr so sehr will wie früher. Wenn sie intim werden, dann nur bei ausgeschaltetem Licht, weil sie sich für ihren Körper schämen. Sie sind traurig, weil es ihnen schwer fällt, Kleidung zu tragen, und sie haben ein geringes Selbstwertgefühl, weil sie nicht abnehmen können. Ich möchte ihnen sagen, dass sie nicht allein sind. Slim Gummis ist hier, um dir zu helfen. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Camille, ich bin seit mehreren Jahren Ernährungsberaterin und in diesem Video werde ich dir sagen, ob Slim Gummis etwas taugen und ob es wirklich funktioniert. Bleiben sie also bis zum Ende des Videos, dann erzähle ich ihnen alles, was sie über diese Fruchtgummis wissen müssen, die ihnen helfen werden, die überflüssigen Kilos zu verlieren und den Körper ihrer Träume zu bekommen, ohne dass sie hungern müssen. Slim Gummis ist eine revolutionäre Geheimwaffe gegen Übergewicht, die in Form von Fruchtgummis daherkommt und für diejenigen entwickelt wurde, die bei ihren Versuchen, Gewicht zu verlieren, frustriert und erfolglos waren. Es wirkt, indem es ihren Appetit reduziert, sodass sie weniger essen und sich länger satt fühlen. Slim Gummis ist ein extrem starker Fettverbrenner. Er wirkt auf den Stoffwechsel und regt die Fettoxidation an. Wenn meine Patienten schnell und sicher abnehmen wollen, empfehle ich ihnen Slim Gummis, weil es ihnen hilft, auf gesunde Weise abzunehmen, ohne ihre Gesundheit zu gefährden und ohne Rebund-Effekte zu haben. Slim Gummis beschleunigt die Gewichtsabnahme, ohne die Muskelmasse zu reduzieren, fördert die Fettverbrennung, reduziert das Hungergefühl und den Heißhunger auf Jungfood und Süßigkeiten, reduziert das Auftreten von Cellulite und Dehnungsstreifen, verbrennt das gesamte Fett in ihrem Körper, anstatt es zu speichern und versorgt ihren Körper mit Energie. Das Ergebnis, sie werden schlanker, ihr Mann wird sie begehrlicher ansehen, ihr Selbstwertgefühl wird sich verbessern, sie werden die Kleider tragen können, die ihnen nicht mehr passen, und jeder wird ihnen sagen, wie schlank und schön sie aussehen. Sie werden auch merken, dass sich ihre Stimmung und ihr Gemüt deutlich verbessern. Sie werden auch in der Lage sein, den Körper zu genießen, den sie lieben, ohne dass das Essen ihr Leben bestimmt. Aber seien sie sehr vorsichtig. Nur die Original-Slim-Gummis können all diese Vorteile bieten. Die hohe Nachfrage nach diesem Produkt hat dazu geführt, dass viele Fälschungen aufgetaucht sind. Es gibt nur eine offizielle Stelle, an der Slim-Gummis verkauft werden, und das ist die offizielle Website. Seien sie also vorsichtig, wo sie es kaufen. Gefälschte Produkte funktionieren nicht nur nicht und kosten Geld, sondern können auch ihre Gesundheit in Gefahr bringen. Um dir zu helfen, habe ich deshalb den Link zur offiziellen Rabatt-Website in die Beschreibung dieses Videos eingefügt. Auf diese Weise können sie sicher sein, dass sie das Originalprodukt erhalten. Für Slim-Gummis gibt es eine 365-Tage-Garantie. Wenn sie aus irgendeinem Grund mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, können sie ihr Geld ohne Risiko zurückverlangen. Allerdings ist die Nachfrage nach diesen Gummibärchen in den letzten Tagen gestiegen. Die Kunden geben in rasantem Tempo neue Bestellungen auf, nachdem sie bereits in den ersten Wochen eine Veränderung feststellen konnten. Es spricht sich herum, dass es endlich einen sicheren und wirksamen Weg zu einem schlanken und gesunden Körper gibt, ohne Aufputschmittel oder andere seltsame Diättechniken. Sie müssen also schnell handeln, um es zu kaufen, bevor der Vorrat zu Ende geht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe sehr, dass dieses Video Ihnen geholfen hat. Prost und bis zum nächsten Mal!